Ich bin Farida Rostamova. Ich wurde in Moskau geboren und in Aserbaidschan gewachsen. Ich komme aus einer Musikerfamilie. Mein Vater hat mir vorgeschlagen, dass ich ein Musikunterricht nehme, dass ich das ausprobiere. Und dann habe ich angefangen. Ich kann nicht sagen, dass ich von Anfang an unbedingt Geigerin werden wollte. Das war eher so ausprobieren und dann bin ich dabei geblieben. Mit sechs kam mein erstes Konzert mit Sinfonieorchester. Alle waren voll dabei, so Unterstützung. Die kleine Schwester zum ersten Mal mit Sinfonieorchester. Und dann, ich war überhaupt nicht aufgeregt. Also einfach ganz kalt blöd sich auf die Bühne. Und es hat sehr gut geklaut und dann habe ich gedacht, ja, ich mache das mal weiter. Als Farida Rostamova 15 Jahre alt ist, besucht sie ihre Schwester in Straßburg. Zusammen gehen sie zur Musikhochschule nach Karlsruhe, wo Farida vorspielt. Hier beginnt ihr Weg zur Profigeigerin. Jetzt steht sie kurz vor ihrem Abschluss, dem Solistenexamen. Und danach ist wirklich vorbei mit dem Studium. Also ich habe Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man weiß nicht, wohin es einen bringen wird. Üben, üben, üben. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Egal, was ansonsten noch im Terminkalender steht. Von morgens um 10 bis spät in die Nacht. Wenn man lange und gut genug übt, dann hat man diese große Sicherheit am Instrument. Und die braucht man natürlich, um sich wohl zu fühlen. Einfach diese Verantwortung. Ich muss auf dem Niveau bleiben. Ich muss diese gewisse Leistung, die von mir erwartet ist, vollbringen. Um sich voll und ganz auf die Musik zu konzentrieren, übt Farida Rostamova in einem leeren Raum. Zur Not? Vorhänge zu oder Rollläden runter, damit nichts sie ablenkt. Wenn ich auf der Bühne bin und ein Konzert spiele, dann präsentiere ich mich, dann stehe ich öffentlich da. Aber diese Küche, wie ich das mache, wie ich dabei aussehe, das mag ich gerne dann für mich behalten. Musik hilft in den meisten Fällen. Nur wenn es wirklich harte Ereignisse geschehen, zum Beispiel als mein Vater gestorben ist, es war sehr schwierig für mich zu üben. Ich kam, ich habe versucht, ich habe die Geige ausgepackt, aber dann kamen die Tränen. Also in dem Fall konnte ich mich leider, leider, ich meine, ja, ich konnte mich schlecht konzentrieren. Das gehört zur Professionalität, zu sagen, okay, ich gehe jetzt, ich muss diese gute Leistung bringen, ich muss jetzt üben, ich gehe jetzt auf die Bühne, ich spiele ein Konzert. Und danach kehrt man aber wieder zu dem Alltag. Farida Rostamova spielt auf einer Guarneri-Geige, ausgeliehen von der Landessammlung in Freiburg. Mein Baby, habe ich gesagt. Ausgeliehenes Baby. Am Anfang hat sie ganz schön Respekt vor dem 300 Jahre alten, wertvollen Instrument. Wenn man diese Geige beim Auktion verkaufen würde, dann glaube ich, könnte man ruhig bis zu zwei Millionen Euro für sie verlangen. Farida Rostamova ist unterwegs zur Musikhochschule, um zu üben. Im Kofferraum ihres Autos die Geige, sie auf dem Fahrersitz. Kurz vor dem Ziel, der große Schreck. Da fuhr ich, wollte hierher kommen und von dieser Richtung aus hat mich dann ein Auto getroffen. Meine Seite, meine Tür war komplett eingeklemmt und wenn er ein bisschen mit größerer Geschwindigkeit gefahren hätte, oder der Stoß ein bisschen stärker wäre, dann könnten sogar meine Beine zusammenkleben. Nach dem ersten Schock schießt ihr gleich ein Gedanke durch den Kopf. Geht es meinen Händen und Fingern gut? Im Prinzip bedeutet das alles, weil davon quasi mein Leben als berufliche Geigerin davon abhängig ist. Mir ist zum Glück nichts passiert, also meine Schutzengel haben mich wirklich gerettet. Bis jetzt lief auf Farida Rostamovas Weg zur Profigeigerin alles perfekt. Bachelor, Master und jetzt das sehr anspruchsvolle Solistenexamen. Es ist ein sehr schönes Gefühl, dass ich einen bestimmten Abschnitt von meinem Leben gut vollbracht habe, mit guten Leistungen und dann schaut mal nach vorne mit Hoffnung. Das ist auch noch was sehr Schönes und Spannendes kommen wird. Während Farida Rostamova noch mit Studieren beschäftigt ist, spielt sie bereits Konzerte überall auf der Welt und ist auf Jobsuche. Nach dem Solistenexamen träumen Musiker meist von einer Solo-Karriere auf der großen Bühne. Doch Farida hat andere Pläne. Also ich sehe mich auf jeden Fall als Professorin. Ich würde gerne auf jeden Fall in Deutschland bleiben, weil meine Familie hier wohnt, meine Freunde, alle wichtigsten Menschen für mich. Aufgeregt. Es ist ein sehr schönes Gefühl, aber gleichzeitig, ich weiß nicht, wo man irgendwie zu einer Impfung gehen würde, dieses leichte Kribbel. Die Aufregung ist natürlich ein tolles Push-Mittel, aber auch in gesunden Maßnahmen. Also wenn es zu viel wird, dann beginnt der Bogen zu zittern und so. Das ist der absolute Albtraum. Man wird plötzlich wach, man ist präsent, man fühlt sich da und weiß, jetzt spiele ich das Stück von Beethoven oder von Mozart. Jetzt werde ich mit den Zuhörern quasi Kontakt aufnehmen, werde was vermieten. Farida Rustamowa, eine junge Ausnahmegeigerin, die ganz genau weiß, was und wohin sie mal will. Kühler Kopf und warmes Herz. Kühler Kopf und warmes Herz. Vielen Dank.